was machen jetzt noch ganz lege muss nicht machen jetzt der ganze gleich gut gleich kurz richtig richtig schön okay also der schönste mit dem ganzen game mit abstand finde ich der mutter bilder machen okay die bilder machen von den dingen gleich okay ich kann die spieler machen die taste die außerdem links davon ist er geht nicht weil ich leistung machen video machen aber muss ich nicht ausprobieren ja drüber springen was ja das ist schon geil aber gleich wird noch viel viel geiler der ich komme schon auf den moment ich habe bestimmt so vergessen weil er so geil ist er wollte ich einfach vergessen aber dann brauchst du klein ist aber richtig geil ich sage nur nett mit deutsch blutrot ja wie solche jungen schaffen erhalt doppelsprung und klicken ja alles gut in der liebe zeit ich sage nur gleich kommen künzen oder so blutrotes feuerrot kommt gleich ist noch sehr sehr schön das auch sehr schön generell diese teile sich jetzt so ich wiederhole aber die teile wird so geil guck mal die wand mal einer reihe das muss die geschichte der eichhörnchen sein die haben sogar ein eichhörnchen gott fotomodus gibt es in den spielten nicht und das hast du jetzt gesehen also du kannst du kannst ja gut englisch also gleich vor des kürzen rot moment ist so geil für doch viel geiler jetzt wieder schieße ich rüber einfach reingehen und dann x drücken ich freue mich schon es kommt es kommt jeden moment ich will ihn ich will ihn ich will ihn lieben ok kann mit momenten kinder haben wir das ist möglich jetzt ja jetzt kommt es und hoch und hier einfach jetzt kommt es kommt gleich erst kann auch 10 Sekunden ja man muss auf dem wein noch oben drauf bleiben und auf dem wild wie er gesagt ja aber ich bin falsch gesagt die juli bist du bereit juli habe ich gefragt nein er ist wirklich so geil und wunderschöne schloss hier das hast du auch gerade gesagt wir kommen gleich die tränen der moment ist so wunderschön jetzt kommt er glaube ich es kommt das ist ein kleiner baum oder ganz schön durchschnittlich groß da sieht schon richtig geil aus avatar mäßig irgendwie oder ja ja ist der plan durch diese wand zu schwimmen runter hallo aber es kommen noch 30 90 gals in julian und nur im baum drin der körper ist also ein schlechter verfassung das habe ich ja ein bisschen über werden irgendwie auch den baum und rausgekommen wie die übrigen mit dem baum aus dem baum rausgekommen alle gehen wir alles gut aber könntest du in deinem echten körper so rennen springen und fallen also genieße es so lange du kannst ja stimmt ok man muss hier oder was war verhalten war auch einlass die bewegten ziel nicht aus okay ich habe das spieler das sind ja auch cool den kanon ich weiß wie man mit dem prümpel umgeht hat schon oft gekackt ein punkt überforderung oder total noch mal ich will auf der anderen seite ja 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 es liegt nur an der seite nein ich wusste was ich machen muss am anfang und ich will einfach streichen dafür muss ich mich nicht auf das ist das ist Ganz genau! Schwarz! Er ist nichts dabei! Ok, wir müssen aber besser als ich. Zeit hört sich wieder schuld. Cool! Langweilig! Ich werde es leid! Einfach zu schlecht! Ja, da hast du recht. Das hielt der heutigen Folge einfach zu schlecht. Ein schöner Wahl wahrscheinlich. Das dort drüben sieht wie ein Aufzug aus. Wir müssen rüberkommen. Blutroter Fischwald. Das ist eine tiefe Grube. Ne, Johanna Tidi. Blutroter Fischwald. Mal gucken. Julian? Hast du Mario Party gespielt? Ne, leider nicht. Geht. Einfach oben bleiben, ok? Es gibt nur einen Ausweg. Nach oben. Sie sind zurück mit ihren bekloppten Ziel. Wer denn noch überlebt? Wer denn noch überlebt? Wer denn noch überlebt? Ja! Blut! 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 Kommt bis keiner mehr aus? Ne! N Gabrielle! Habe gelogen! Es kommen noch vier geile Stellen! das T-Rex oder ein Hunde oder so. Lass sie sehen. Hier ist ein Hunde Knochen. Hunde Knochen. Ich komm mit der Katze, weil die hat ein bisschen länger dran. Okay, Julian, jetzt wird, äh, gleich um eine kleine Stelle von vier kleinen Stellen. Oh, unruhig. Was ist das hier für ein Ort? Ah, keine Ahnung. Also erst müssen wir kämpfen und dann müssen wir, ähm, eine kleine Stelle. Ja, dann stimme ich dir zu. Oh, bist du bereit dafür? Bin mir nicht sicher. Ja, dumme Frage. Julian, du musst, wenn du über den Boden los die Felder abschießen, okay? Warte, er muss abschießen. Du, wenn ich die Felder abschießen, wenn er, wenn er drüber geht, wenn er drüber geht. Ah, wenn er drüber geht, verstehe. Warte, geh dahin, geh dahin, geh dahin, geh dahin. Hier, hier. Aua. Warte, er kommt. Hier, lass ihn kommen. Na, ne, will dich. Ah, ich los. Bitte, hier, hier. Flieb. Flieb. Flieb doch. Gut. Warte auf. Aua. Hier, hier, bei mir, bei mir. Hä, ich war gerade fertig. Okay. Egal, Julian. Ich muss den Kampf erstmal kapieren. Okay. Egal, Julian. Ich muss den Kampf erstmal kapieren. Warte, er kommt. Hä? Warte, er ist nicht getroffen. Warte, er ist nicht getroffen. Geht's... einfaller. Oh nein. Beide. Da steht nicht in Paris. Oh nein. Alter. Alter! Alter! Alter!!! Hat das nicht in Paris! weil er kommt weil der schichtverschied macht schade wollen wir hier vorne aufhören ne 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 wir machen die stadt wir machen die stelle noch dann ist es spannend für den nächsten fahrt wir heben uns für den nächsten fahrt den bosskampf auf ok ok warte hier gut die hier bei mir bei mir und dann willst du dir hier warte oh man Julian AIM Training der 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 Hier kommt der! Los, mach gleich hier! Ey. Gut. Rüben, die rüben. Was ist mit diesem Schächs, Kaudi? Warte. Lass ihn herkommen. 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 Noch einmal treffen. Lass ihn hier drüben herkommen. Sein Panzer ist zu stark. Wir brauchen eine größere Explosion. Geht auf. Geht auf. Geht auf. Geht auf. jetzt kommt jetzt noch die geilste jetzt kommt der geile passagen gesagt habe jetzt kommt die zweite von die zweite von viel geilen passagen ich bin nur ein käfer ich mag die westen nicht mal aber wieso kämpfst du für sie ich bin ein soldat ich kämpfe für jeden der mich mit essen versorgt was für essen wir mal schnecken larven ich esse nur vegetarisch die tors ok kennst du die königin sie hat sehr viel nektar also wenn du uns dabei hilfst loszuwerden kannst du so viel nektar haben wie du willst du kannst alles haben lecker lecker gut gut machen wir im nächsten fall oder nein noch die schelte die lehnen und cooles eben haben ok ich muss ich muss ich muss rumlaufen ich muss rumlaufen du musst die dinger abschießen ok wenn du abschließt wenn du sachen abschießen musst ja 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 Ich bin hier. Ich bin hier. Nein, ich bin nicht. Ich bin hier. Hey, du lässt uns besser nicht sterben, wenn du den Lektar willst. Nein, immer noch nein. Schieß auf sie. Gut gemacht, Mane. An der Wand. Ich bitte schau. Sorry. Egal, wir haben ein Checkpoint, glaube ich, hier. Haben wir? Ich glaube schon, ja. Ja, okay. Wir müssen immer die Bienen abschießen. Oder die Westen. Julia. Das geht nicht. Du hast aber auch zu aimen. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich glaub das. Ich schaff das. Ich glaub das. Tag. Ich dachte, ich dachte. Okay. hier würde ich hier würde der bosskampf kommen wir wissen dass du nicht die echte königin bist du bist ein roboter und wie es weitergeht sehen wir im nächsten part ich bin ein 1 habe fahren wer der geheimen verriet hinter dem ausgüßig beim nächsten mal tschüssi koski